Willkommen zurück bei... Was soll der Scheiß? Was war das denn? Ich hab... Nein, tust du nicht. Nein, tust du doch. Ich bin zu schlecht. Na? Wo sind deine Freunde? Irgendwo da hinten ist gerade ein Fragezeichen aufgetaucht, aber ich bin sowieso schon halbtot. Ähm... Bitter. So. Wir wollten... Wo ist mein Motorrad? Ich bin gerade hoch. Unsanft. Plus ein Bolzen. Ach, ich kann... Hab ich schon den Punkt... Hab ich schon gelernt, meine Bolzen wiederzubekommen? Anscheinend. Cool. Mein Motorrad ist halbgeholt. Ähm... Er ist ein Schnellsprecher. Und zweitens... Ähm... Apprieren. Das wird halten. Und... Wir ziehen los. Wir fahren... Nach oben auf der Karte... Zum nächsten... No-ro... No-ro... Zum nächsten Schützpunkt. Ach, jetzt soll ich ernsthaft hier lang fahren. Das ist dein Ernst. Die Strecke der Pein. Cool. Ich hab mein Motorrad gerade richtig beschädigt, weil ich durch eine Bärenförde gefahren bin. Nice. Das hab ich echt gut gemacht. Begeistert. Was ist hier? Das ist ein blaues Gebiet. Okay, mal sehen. Ah... 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 Was? Ah... Was? Wir gehen mal da hoch. Wir schnell speichern erst. Wenn ich kann. Hallo? Nein? So. Hier ist ein Feuer. Warum denn dies? Also mich wundert sehr, dass das Feuer brennt. Teuer. Dann brennt halt das Feuer. Sollte uns jetzt hoffentlich erstmal nicht weiter kümmern. Im Haus? Ernsthaft? Obwohl, noch bringt mir das Jagen eigentlich nicht wirklich was. Oh, ich schieße mit falschen Bolzen. Wo ist mein Reh? Schon weg? Wie weit denn bitte? Anscheinend ist die sinnvollste Methode, Rehe zu jagen, ist anzufahren. Na, egal. Okay. Ja. Fahren wir weiter. Gehen wir endlich zu dem... zu dem Nero-Camp. Und... Und... Nein, mit euch würde ich mich gerade nicht anlegen. Dankeschön. Apropos, was mir aufgefallen ist. Kann es sein, dass wir nur ein Maximum von 100 Ohren einsammeln können? Weil eben... Hatten wir genau 100 Ohren haben wir eben abgegeben. Und das wundert mich doch sehr. Okay, sieht erstmal in Ordnung aus. Wahrscheinlich muss ich das Ding jetzt wieder tanken. Dann passiert wieder irgendwas. Das ist schon mal gut. Das muss ich für nachher auf jeden Fall... mitnehmen. Nö, die schön viele Sachen. Das ist nett. So. Diesmal vergesse ich auch dich nicht. Weil eigentlich ist ein Tunnel. Ipka-Technologie schon wieder. Ich weiß immer noch nicht, was diese Ipka-Technologie ist. Wohin führt denn der Tunnel? Führt er tatsächlich da durch? Das müssen wir gleich mal ganz kurz testen. Aber... Oh. Was sehen meine Euglein da? Aber ist auch interessant, anstatt die Kabel abzuschneiden, schneidet er das Ding darunter. Aber gut. Soll er... MME-Sicherungskissen. Wenn er Nero-MME eine Sicherung braucht, findest du Ersatz in Nero-Kontrollpunkt? Ach, verdammt, die Sicherung ist durchgebrannt. Was? Ach toll, du willst mir jetzt erzählen, dass ich jetzt ein neues spiel, ja? Da stelle ich mich einmal auf das Lautsprecherspiel ein. Und jetzt... ist das ein anderes Spiel. Okay. Vorsichtshaber... sind auf jeden Fall schon mal alle... weg. Na gut. Wo? Na, wo, verdammt nochmal, soll ich jetzt eine Sicherung herkriegen? Nein, nein, nicht hier lang. Okay. Schauen wir uns mal um. Da, drrrr... Da liegt irgendwas. Was haben wir hier? Na, also... Wieso? Ich verstehe nicht genau, wie das... mit der Sicherung zusammenhängt. Und jetzt schickst du mich ernsthaft in den Tunnel? Nee, du schickst mich nicht in den Tunnel. Hm. Danke. Oh ja, jetzt sind wir im Geschäft. Na, das sollte klappen. Beim Strom. Ach, scheiße. Are you serious? Das ist also zwei... gleich... gleich zwei Sachen. Moment, wo ist das? Wo ist mein... wo ist mein... Kerosin? Nicht Kerosin. Schwachsinn. Mein Benzin. Komm mal her. Wo ist mein... Ist das hier vorne, der... Ja, war klar. Also nein, es ist nur noch ein zusätzliches Spiel dazu gekommen. Ist ja viel witziger. Lass mich. Oh ja. Okay. Dann schauen wir mal. So. Einen Mikrorekorder. Mal sehen. Mich los, verdammt. Loslassen, sage ich. Ma'am, gehen Sie zurück zu Ihrem Fahrzeug. Wir werden... Wir warten seit zwölf Stunden hier. Ich habe zwei kranke Kinder hinten drin. Wir brauchen... Wir haben kein Wasser. Und auch nur etwas Wasser. Ma'am, gehen Sie zurück zu Ihrem Fahrzeug. Jetzt. Eddie, hast du noch Wasserflaschen? Gib sie ihr. Mehr haben. Gib sie ihr. Danke. Okay. Gehen Sie zurück zum Fahrzeug. Ja. Weitere Durchflaschen. Vielen Dank. Tut mir leid. Wirklich. Schließ ab. Einen Jektor. Wir haben hier wirklich alles. Gut. Hab sie angehalten. Sie lassen niemanden mehr durch. Das Flüchtlingslager ist voll. Was sollen wir jetzt machen? Macht, was ihr wollt. Aber ich habe einen Plan. Hast du einen Plan? Wovon redest du da? Ich will schnell nicht. Aufwachen. Könntest du bitte weiterreden? Aufwachen. Nein, 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 nein. Was? Ha, ha, ha. Super Plan. Oh mein Gott. So viele Menschen. Was ist das für ein Ende? Von den Kontrollpunkten eingekeilt. Wo ist mein... So viele Menschen. So viele Menschen. Sehr schön. Ne, ist doch super. So super gelaufen. Und dann bin ich jetzt hier weg. Und alle sind glücklich, bis in die Leben sind. Finde ich gut. So. Weg damit. Drauf da. Eigentlich könnte ich noch apparieren, aber nein, das machen wir jetzt nicht. Und tatsächlich sehen wir dann auch schon, wo wir hinwollen. Ne, da sollte ich jetzt nicht runterfahren. Ich glaube, das ist kontraproduktiv. Hey. Hier. Nesta. Ich muss Sie beseitigen, damit die Durchfahrt wieder sicherer ist. Wo muss ich das? Fünf Nester. Fünf Stück. Es muss in der Nähe sein. Wie war das? Am Tag sind weniger draußen, dafür sind weniger drinnen. Äh, mehr drinnen, ne? Habe ich denn in der Kampff? So, jetzt muss ich mal überlegen, wo ist das Nest? So, jetzt muss ich mal überlegen, wo ist das? So, jetzt muss ich mal überlegen, wo ist das? So, jetzt muss ich mal überlegen, wo ist das? So, jetzt muss ich mal überlegen, wo ist das? So, jetzt muss ich mal überlegen, wo ist das? So, jetzt muss ich mal überlegen, wo ist das? So, jetzt muss ich mal überlegen, wo ist das? Oh, hi. Kann ich dir helfen? Dankeschön. Mal wieder gern. So, ich bin, er habe mich nur direkt entfernt, weil ich Angst, also Sorge hatte, dass sie mir ansonsten die Bruder inrennen. Was sie wahrscheinlich tatsächlich auch getan hätten. Das hier wundert mich grad ein bisschen. Ähm, wo ist denn das Nest? Jetzt sag mir nicht da oben. Das fände ich jetzt echt nicht so geil. Was? Ne, hier oben ist kein Nest, aber hier oben ist, hey? Feuerwerks. Was, was? Soll ich mich hier oben verstecken, oder was? Kann ich von hier aus irgendwelche Nester treffen? Ach Gott, und ich wusste gar nicht, dass er eine Leiter ist. Ich wollte einfach nur runterlaufen. Egal. So geht's auch. Ah, hier seh ich nirgendwo ein Nest. Aber wo? So, hier ist klar. Wo, er hat grad aber das noch eins gesagt. Also, das da, das... ist mir klar, das seh ich. So. So. Ja, ich renne mal direkt, also Ja, weg Weil ich's kann Ich nehm an, in dem großen Haus Ist natürlich auf jeden Fall mindestens eins Mindestens Jetzt wird's hier neblig, oder was? Ah Ich mach jetzt hier mal zu Ich bräuchte hier noch so ein paar Utensilien, wenn's geht Beispielsweise irgendwas für einen Molotow-Cocktail, weil Ich hab nur noch zwei Und es sind noch drei Nester Oh, okay Nicht aufzukriegen Nein, das wollte ich nicht Gib mir meine Gib mir meine Axt, wieder Wie komm ich denn da rein? Gute Frage Warte mal Warum hab ich den Blaze-Botschläger? Gib mir meine What? Meine Axt ist weg Meine Axt ist weg Uncool So, keine Ahnung Wie ich da quasi Reinkommen soll Okay Doch ne Ahnung Wie ich da reinkommen soll Hoch Vier Flasche Das ist ja auch Nett, aber Maximale Muni Ach, so Scheibenkleise Sogar ne Mine ist hier So Was war das gerade für Merkwürdige Geräusche Da ist übrigens Ein Nest Aber erst das Dritte Aber erst das Dritte Das ist was mir Obwohl, da hinten geht's ja noch weiter Oh, hi Gibt's doch noch ein paar von euch Okay Ich hab schon so lange Keinen mehr gesehen In Anführungsstrichen So So, ja Das Zeug, was ich da jetzt droppen Oder was ich da looten kann Das lass ich einfach mal Ist mir gerade egal, ne Kau sie Äh, ist das meine Frage Gilt das ganze Gebiet Tatsächlich Das Gebiet ist da hinten auch noch Ach, so Scheiße Äh, kann ich da rüberschwimmen Oder bin ich dann tot Wetten abschließen Ich glaub, ich kann hier sogar noch stehen Wenn ich Glück Ja, ich kann noch stehen Boah, unser Freund ist ja so gut Im Schwimmen, das wissen wir, ja Ich komm später wieder Und weich halt an die anderen aus Wie, ich komm später wieder Nein, 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 nein Wir sind ja immer noch hier Entspann dich Ja, stimmt ja Ich muss die letzten Nester verbrennen Anscheinend hab ich gerade ganz kurz Irgendwie ne Irgendwas überschritten Oh, ich seh da noch Gegner, oder? Wo ist das? Scheiß Nest Es ist hier irgendwo Noch ein Nest Oh, fuck Oh, irgendwas ist das Zeug bei mir Wer ist verwirrt? Die steht überhaupt nicht so Direkt hier noch mal ein Stein Wo kommst du denn her? Hallöchen Ich will werf die mit dem Stein Und die dreht sich um Okay Das war übrigens echt nicht nett Muss ich gestehen Was ist denn hier? Was ist denn hier für eine Party? Was ist das? Oh, cool Oh, ein Sniper Ja, die bringt mir Hat sich wenig Das ist bad Oh, das ist besser Oh, das ist sogar Das ist sogar Worse Ich denke, es geht in hier Scheiße, was... Ja, lass mal daneben schießen Komm her Au Okay Soviel dazu Hat auch eigentlich ganz gut funktioniert Interessant nur, dass die anscheinend nicht da oben hinkommen Aber ist ja auch okay Also finde ich nett So, jetzt haben wir... Wie viele Nester fehlen noch? Zwei Eins ist vor mir und eins ist, glaube ich, da hinten Ja Da werden wir dann als letztes quasi hingehen Oh, guck, ich habe sogar noch hier einen Bolzen bekommen Wie freundlich Ich habe nur... Ich muss dringend neue Äste sammeln Ich habe nur noch einen... Oh, ich kann einen Molotow herstellen Sehr schön Wo ist das Nest? Da Ich habe dich zu spät gesehen Ich habe dich leider zu spät gesehen, mein Freund Hallöchen Tschüss So, jetzt ist es hier irgendwo Müsste mein letztes Nest sein Nest Müsste gleich um die Ecke sein Sag ich, ja Da ist noch ein Nest Zünden wir es an Und ich bin gone Nein Nein Hätte ich mich direkt davor stellen müssen Was ist denn hier bei uns? Haaah Das ist... Ein bisschen unpräzise ist das schon irgendwie Ich hoffe, das hat jetzt gereicht Wenn nicht, dann habe ich jetzt ein Problem Habe ich Sehr schön Gut No... 99%? Was soll das denn? Whatever Das war das letzte Baut eure beschissenen Nester woanders, ihr verdammten Freaks Richtig Das war tatsächlich das letzte Und das bedeutet, wir haben hier Ja, ich meine Hier laufen immer natürlich noch infizierte Freaks Oder wie auch immer rum Klar Gib mir mal ein bisschen Schrott Ich brauche dringend Schrott Oder ein Schalldämpfer geht auch Attack, Boris Ja, aber Schrott ist mir lieb Dankeschön Ja, ich brauche andere Pflanzen Egal Nehmen alles So Haben wir nochmal kurz so nebenbei nochmal die Nester zerstört Ist das dein Ernst? Ich wollte gerade sagen Wie wird er jetzt nicht hochgekommen? Ach ja Noch Ein Prozent zum Level Ab Oh, halt Stopp Noch ein Prozent Zum Level Schön getarnt Das Motorrad Damit es nicht wieder geklaut wird So Und jetzt Apropos Das interessiert mich auch noch 38 Okay Äh Das war knapp Das war sehr knapp Ich wollte da jetzt nicht In vollkommenen Stunt hinlegen Das gefällt mir aber auch nicht Okay Okay Das ist ein Krieg Das nennt man Straße hier Wenn es ziehen geht aber noch Tunnel Oh, da muss ich wetten Wetten Ich muss jetzt gleich Ne Auto wegschieben Ich muss jetzt gleich Wahrscheinlich Ne Auto wegschieben Serious? Oh mein Mein Bike ist im Arsch So Und durch Oh Hi Stopp Ei Ich hab da was gesehen Und das Brauche ich Dringendst Dankeschön Weil Ansonsten Habe ich keine Feine mehr Keine Bolzen Nicht Feine Oh cool Irgendwer jagt mich Tschüss Toll Das hat's ja richtig Gewacht Oh nein Ich wölfe Die reißen mich Nur wieder runter Aber das ist jetzt Arg uncool Spiel 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 Stop it Ich hab immer gedacht Auf der PS4 müssten die Spiele eigentlich Perfekt abgestimmt sein Auf PC ist das ja was anderes Da kann man ja Was? Auf PC ins Gebiet Ja schön für das nächste Da hab ich grad so Gar Kein Interesse dran Genau Das ist es Jetzt kommt's einfach später wieder Okay ich hab keine Ahnung wo ich bin Aber Wir sind in einem zweiten Dorf Stadt Schieß mich dort Okay Wo ist Tucker? Alkai Bei der Grabung Bei welcher verdammt Im Norden Da hinten Passt jemand meine Maschine an Das Gepäck Breche ich dir die Finger Das ist ja gut man Alter Unentspannt Ich bin jetzt in In einem Dorf In einem irgendwas Mir kann ich tolle Teile kaufen Sag auch Ich kann nachtanken Und ich kann reparieren Sehr ehrlich Reparier mal Kaufen kann ich hier noch nichts Das TV Gerät wird In 5 Minuten Ausgeschaltet Das find ich ja super Die Info Ähm Gut wir laufen mal eben Ich will mal ganz kurz hier Wenigstens diese Diese Leon Quest Endlich fertig haben Ich lauf mal eben Durch euer Gemüsebeet Ich sag's doch Wo du auch hinsiehst Ein riesengroßes Lava Feld Sieben Meter dickes Gestern Man bräuchte Presslufthämmer Ach halt mir doch keinen Vortrag Gott verdammt Ich hab's kapiert Nein hast du nicht Aber Diese Leute haben Hunger Selbst wenn sie bei Kräften wehren Bräuchten sie Monate Mit Hacke und Schaufel Ist mir scheißegal Wir haben alle Hunger Al Aber wir müssen es schaffen Auch wenn es ein ganzes Jahr dauern sollte Schließlich haben wir ja sonst keine Termine Oder? Warte Eins noch Dann fass dich kurz okay? Hab dich den ganzen Tag Zeit Ripper Heute Morgen Einer meiner Männer sah eine große Gruppe auf dem Pass Und niemand hielt sie auf? Wie denn? Tucker wir gehen schon auf dem Zahnfleisch Komm in die Richtung Norden Al Sind sie hierher Unterwegs? Ja oder nein? Ich Ich weiß es nicht Vielleicht weiß er's Was zum Teufel soll das heißen? Was soll das Verdammt Elkai Es ist nicht seine Aufgabe das zu wissen Sondern deine Ich kann nicht überall gleichzeitig sein Soll ich hier deine Ausgrabung Oder soll ich in die Außenwelt Ripper jagen Check im Lager wie viel Munition wir haben Ich übertrage Wheeler die Ausgrabung Was klotzt du so? Ich frage mich ob du auch ein Hirn hast Okay wir haben auf jeden Fall noch einen neuen besten Freund Hast du Leon gefunden? Wenigstens einer der hier etwas gebacken kriegt Ich nehm dich mit Du nimmst mich mit Okay In der Golfkarre Weil es Zeitverschwendung ist Da spricht der Optimist Wo ist Buser? Er sagte er wollte Zu Copelands Camp rüber Und was gegen Fischer eintauschen Macht ihr jetzt gemeinsam Sache mit Copeland? Ist sein Camp näher? Es ist nicht näher oder weiter Hey ich bin nicht Busers Aufpasser Er macht was er will Scheiße Ihr lasst diesen Haufen Tag und Nacht brennen? Wir haben hier viele Freaker Leichen Dank Leuten wie dir die ihre Arbeit machen Also ja wir lassen es brennen Nehmt mehr Benzin Brennt schneller Weniger Qualm Weil wir ja so viel davon haben Wenn es verbraucht ist Was willst du dann in dein Bike füllen? Dein Eis Was zum Teufel ist hier los? Hier stimmt was nicht Im Lager fehlen Essen und Munition Scheiße Wer hatte letzte Nacht Wache? Wheeler Verdoppelt heute die Wachen Ein wenig hab ich die Schnauze voll Alles klar Dies? Wie gesagt Ein Camp ist wie ein Gefängnis Eine Bande von Faulpelzen, Dieben, Vergewaltigern und Mördern Und weißt du wieso? Keine Ahnung Weil wir genau das sind Die Freak Show Es haben nur die überlebt Die härter und brutaler als die Freaks sein können Der Rest ist hier und hofft Dass ich sie füttere, beschütze und wärme Und sie sitzen auf ihrem Arsch Und gucken dem Weltzug Du, sofort zurück an die Arbeit Zwing mich nicht Cyrus zu holen Faulpelze Bei Freizeit können sie machen was sie wollen Aber der Tag gehört mir Das Camp zu leiten ist wie ein Gefängnis zu leiten Ich weiß nicht mehr was du erzählt hast Du warst, du warst, du warst, warst, warst du Aufseherin oder so? So wichtig war ich nicht Ich war Oberin im Frauenplügel Du siehst auch wie jemand aus Der schon mal gesessen haben könnte Damals Warst du mal im Knast? Ich hatte zwar ständig Ärger Wenn aber nie dort gelandet Ich habe einen Job für dich Larsen war gestern auf Tour Er kam durch Marion Forks Und sagt, da war jemand Eine junge Frau für mich Aber er sah sie nur kurz Als er angehalten hat, war sie verschwunden Mary? Ist er sicher? Larsen hat genauso viel Erfahrung wie du Er weiß, womit er es zu tun hat Aber du hast ein Talent für sowas Fahr hin und finde sie, bevor die Freaks es tun Mal sehen, was ich tun kann Aber hör mal, Tag, ich will meine Punkte Verlieren Bring mir mehr Leute Dann kriegst du mehr Punkte, als du ausgeben kannst Punkte? Ich muss Wailer suchen Punkte Er wird die Nacht in der Hütte verbringen Punkte Krieg ich jetzt hier Punkte Für Mein Leon Was willst du, Drifter? Was ist dein Problem? Hm? Eine von uns Entkam aus einem Ripper-Camp Drüben bei Iron Butte Gefoltert Wie üblich Aber diesmal fragten sie ihn Nach zwei Bikern Zwei Männern Ob er die beiden gesehen hat Oder so Hier gibt's viele Biker Was Was hat das mit mir zu tun? Der Ripper nannte sie Mongrels Wie viele Drifter tragen hier noch ihre Kunden? Als ob das was bedeutet Ich glaube Dein Kopf ist bares Geld wert Wie fühlt man sich auf der anderen Seite? Ey, warum zeigst du mir nicht, was du hast? Ich hab keine Zeit für deinen Scheiß Wie du meinst, Dick? Okay, die Rappers sind auf der Suche nach mir Warum auch immer Waffenvorräder Schrank Oh, Hallöchen Na, Hallö Die Hallö Kann ich aber quasi Immer oder weniger noch alles gar nicht kaufen Ähm Mal eben kurz gucken Rappertiergewehr Stinger Gefechtsschrotflinter MBS RSF US Irgendwas Ich muss also auf jeden Fall Stufentechnisch ein bisschen aufsteigen Die M40 Aber bis jetzt bin ich auch immer mit dem zufrieden gewesen Was ich gefunden hab So ist es nicht Was haben wir hier? Stumke-Munition Pistole-Munition Handfeuerwerf und Schalldämpfer Vertrauensstufe 1 erforderlich Ja, dann muss ich natürlich auch hier theoretisch Hoch Aber ja Gut Ähm Hier haben wir dann die nächste Mission demnächst Oder wie auch immer Was soll ich da tun? Geh jetzt zu deinem Bike zurück Das ist natürlich schon eine ziemlich heftige Mission Äh Die wir dann beim nächsten Ah, kann ich speichern? Ich kann speichern Sehr schön Äh Und dann sag ich bis zum nächsten Mal Viel Spaß beim Videos Euer Hedi